Wir sprachen gerade über den WORX GT. Wir haben gesehen, dass der WORX GT mehr ist als nur ein Trimmer, nämlich auch ein Kantenschneider. Sehen Sie! Cool! Mit dem WORX GT bekommen Sie zwei Geräte in einem Gerät. Wenn es ums Rasen und Kantenschneiden geht, gibt es die WORX GT Methode oder die falsche Methode. Früher hat es mir vor der Gartenarbeit gegraut. Was mich nervte war das Entwirren des Netzkabels, das Herumjonglieren um die Büsche, nur um dann doch an der Hausecke hängen zu bleiben. Aber heute muss ich mich damit nicht mehr herumärgern. Ich hole ihn einfach raus und kann sofort loslegen. Ich bin viel, viel schneller fertig. Es gibt einfach keine Probleme im Garten mehr mit dem WORX GT. Wer braucht schon den Umstand mit Benzintrimmern oder so elektrischen mit Verlängerungskabel? Kabellos ist einfach die bessere Wahl. Der akkubetriebene WORX GT ist schnell, leicht, bequem. Keine Abgase, kein Lärm. Der WORX GT befreit Sie von Verlängerungskabeln und vergessen Sie eventuelle Probleme mit Ziehstartmotoren. Sie trimmen auf die leichte Art mit dem WORX GT und Sie können die Zeit nutzen, Ihren Garten zu genießen und Ihren Hobbys nachzugehen. Der WORX Trimmer ist sehr leicht und ganz einfach anzuwenden. Ich liebe sein Design. Hier muss man zum Starten an keiner Schnur ziehen. Man muss keine Sorgen haben, dass er absäuft oder die Schnur reißt. Sie können uns glauben, der WORX GT ist wahrscheinlich sogar besser, als wir beide behaupten. Der kabellose WORX GT gewann den ersten Preis bei der nationalen Heim- und Gartenmesse in den USA. Und das ist noch lange nicht alles. Viele Zeitschriften und Fachjournale sind begeistert von den Qualitäten und der Leistung des WORX GT. Er ist im US-Magazin Men's Health auf der Liste der besten Werkzeuge für Männer. Hey, was ist mit den Frauen? Wenn es so eine Liste für Frauen gäbe, stünde der WORX sicher ganz oben. Der WORX GT ist ein Qualitätsprodukt. Er wurde entwickelt und gefertigt von einem der weltweit größten Hersteller von Gartengeräten. Der WORX GT ist Teil einer ganzen Reihe von WORX Top-Produkten wie Heckenschneidern und Rasenmähern. Wenn Sie einen wunderbar gepflegten, perfekt gestalten Garten wollen, bestellen Sie den WORX GT. Ich arbeite seit Jahren für diverse Hersteller und teste Geräte. Ich habe Geräte im Fernsehen gezeigt, aber hauptsächlich Produktdemonstrationen mit Werkzeugen gemacht. Alles von Sägen über Trimmer bis zu Schleifmaschinen. Also ich habe Hochwertiges und Minderwertiges probiert. Beim WORX GT fiel mir schon beim Halten als allererstes die Position der Griffe auf. Gut ausbalanciert. Man kann ganz bequem dastehen und das Gerät in seiner ganzen Reichweite nutzen. Ganz offensichtlich hat da jemand eine Menge Know-how in das Design dieses Geräts investiert. Der WORX GT besteht aus Materialien, die sich sehr lange bewähren werden. Flugzeugaluminium, nylonverstärkter ABS-Kunststoff. Die Geräte sind so gebaut, dass sie sich nicht so zerbrechlich anfühlen. Sie sind stabil. Man kann die Qualität so eines Gerätes daran festmachen, wie sich die Einzelteile einstellen und bewegen lassen. Wenn bewegliche Teile zu viel Spielraum haben, dann hat wohl jemand nicht so viel Zeit investiert. Beim WORX GT wurde offensichtlich sehr viel Zeit in Entwicklung und Herstellung investiert, weil auch die Arretierungen so erstklassig sind. Alles sitzt fest. Ich kann es so zusammenfassen. Man bekommt zwei Geräte in einem. Man bekommt einen starken Trimmer, dazu einen Kantenschneider. Alles akkubetrieben und in einer Form, die unglaublich leicht ist, ergonomisch und ganz einfach zu handhaben. Der WORX GT ist vielseitig. Schaft und Griffe sind einfach justierbar. Der WORX Trimmer passt sich jeder Aufgabe an, damit Sie das nicht müssen. Und mit dem um 90 Grad schwenkbaren Kopf erreicht man ganz leicht Gras unter Sträuchern, Terrassen und anderen heiklen Stellen. Wer hat nicht schon mal die schönen Blumen der Ehefrau geköpft? Der ausklappbare Blumenschutz hält Sie von solchen Fettnäpfchen fern. Man muss zum Verlängern der Schnur nicht auf den Boden klopfen. Wenn Sie beim WORX GT einmal reißen sollte, kommt automatisch so viel nach, dass die Länge wieder stimmt. Und nicht vergessen, der WORX GT, das sind zwei Geräte in einem, Rasentrimmer und Kantenschneider. Mit zwei simplen Bewegungen wechseln Sie von Trimmer in Kantenschneider. Mit dem WORX GT haben Sie alles, was Sie brauchen, um Ihren Garten wunderschön herzurichten. Mit dem Kantenschneider lässt sich sogar Unkraut zwischen Betonblatten, Backsteinen oder Pflastersteinen entfernen. Das geht mit Trimmern mit Metallklingen meist nicht. Ob Sie nun begeisterter Hobbygärtner sind oder einfach Ihren Garten in Schuss halten wollen, Sie werden vom preisgekrönten WORX GT Trimmer begeistert sein. Neulich nahmen wir an einer Fachmesse teil, um den Teilnehmern ein Gerät vorzustellen, den WORX GT. Nein, er ist ganz leicht. Ich mähe jede Woche den Rasen. Wir haben einen großen Garten, aber wenn es ums Rasentrimmen geht, muss ich auf meinen Mann warten, weil ich nicht so mit dem Benzintrimmer zurechtkomme. Und der ist toll, weil ich auch am Bürgersteig schneiden kann. Und leicht ist er auch. Er ist akkubetrieben, also schon mal keine Sorgen wegen Sprit. Keine lästige Mischerei von Öl und Benzin. Einfach die Batterie andocken und er ist einsatzbereit. Er ist verstellbar, da kommt man auch ohne Probleme unter Sträucher. Und er ist leicht. Gefällt mir. Tja, gut ist seine Leichtigkeit. Er ist nicht so schwer. Und er ist vielseitig. Man kann ihn sofort anders einstellen. Finde ich gut. Man muss ihn nicht in einem komischen Winkel halten, so schräg umzutrimmen. Also, seine Vielseitigkeit spart wohl Zeit, denke ich. Ich mähe meistens, weil ich tagsüber zu Hause bin. Und wenn ich fertig bin, kann ich kein Gras mehr sehen. Das könnte Spaß machen. Ist so etwas schon auf dem Markt im Moment? Nein, sowas gibt es noch nirgends. Ich will einen. Der Works GT kann alles, was Sie heute gesehen haben. Und mehr. Ihren Rasen zu trimmen, ging nie einfacher und schneller. Mit dem Works GT wird der Garten schöner als je zuvor. Sie werden ihn Jahr für Jahr benutzen. Der Works GT ist eine schlaue Investition. Wählen Sie die eingeblendete Nummer jetzt gleich und bestellen Sie Ihren eigenen Works GT. Wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie den 2 in einem Rasen- und Kantentrimmer zu einem absoluten Superpreis. Wenn Sie anrufen und bestellen, erhalten Sie kostenlos zu Ihrem Works GT die praktische Wandhalterung dazu, damit Trimmer, Ladegerät und Akku immer gleich zur Hand sind. Doch das ist noch nicht alles. Als Teil dieses Angebots beliefern wir Sie lebenslang gratis mit Ersatzfadenspulen. Ja genau, lebenslang Ersatzfadenspulen mit den Doppelhelix-Schnittfäden für jeden, der den Works GT bestellt. Sollten Sie mit Ihrem Works GT nicht zufrieden sein, dann nutzen Sie einfach unsere 60-Tage-Geld-zurück-Garantie und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Bestellen Sie Ihren Works GT jetzt gleich. Im Set enthalten der Works GT eine Fadenspule mit Doppelhelix-Schnittfaden, die praktische Wandhalterung, die Gebrauchsanweisung und unser Gratis-Angebot. Lebenslange Lieferung mit den Works Fadenspulen. Worauf warten Sie noch? Bestellen Sie jetzt. Wenn Sie anrufen, fragen Sie auch, wie Sie zusätzlich den cleveren, kabellosen Works Heckentrimmer zum Superpreis bekommen können. Sie können denselben Akku und dasselbe Ladegerät wie für den Works GT benutzen. Ein und derselbe Akku passt auf alle kabellosen Works-Produkte. Und wie wäre es mit diesem raffinierten, kabellosen Laubbläser? Also informieren Sie sich auch gleich über den Works Heckentrimmer und den Works Laubbläser, wenn Sie Ihren Works GT benutzen.